schön sitz jetzt platz, ja platz, und jetzt kriegst du den Gurttipp so, installiert mach ich sitz so ist er gut und schwenken bleib bleib platz so ist er gut muss ich drüber drücken da werden wir den Arm nicht drauf bringen sonst bleib bleib platz platz, hab ich gesagt, ja brach ist er so nochmal schau, jetzt müssen wir da nochmal schwenken da geh rum so, zieh zauber bist du und jetzt schwenken hier rein ohne Hand so platz platz so bist du bleib schön so schön platz und jetzt kommst du und jetzt kommst du kot betet do betet du